Musik Wir haben hier einiges an Material, damit wir sicher gerüstet sind für einen grossen Snowboard-Tag. Musik Wenn man sicher nicht will, ist es Hunger zu haben. Kleine Lunch haben wir vorbereitet. Flasche Tee, wenn es kalt ist oder um zu viel zu aufwärmen. Dünne Händchen und ein paar Dicke, wenn die anderen nassen oder kalt werden. Musik